Johann Friedrich Ludwig Christoph Jan, 15. Oktober 1852 in Freiburg, auch Turnvater Jan genannt, war ein deutscher Pädagoge, der die deutsche Turnbewegung initiierte. Er begründete das Turnen, das sich zur heutigen Sportart Gerät-Turnen entwickelt hat. Die Turngeräte Reck und Barren wurden von ihm eingeführt. Zudem war Jan Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Die Turnbewegung war von Anfang an mit der frühen Nationalbewegung verknüpft. Sie war unter anderem mit der Zielsetzung entstanden, die Jugend auf den Kampf gegen die napoleonische Besetzung und für die Rettung Preußens und Deutschlands vorzubereiten. Den ersten Turnplatz schuf Jan 1811 in der Berliner Hasenheide. Die von ihm und seinen Mitstreitern auf dem Turnplatz in der Hasenheide demonstrierten Vorstellungen von der deutschen Turnkunst sind im heutigen Turnbetrieb. Auch wieder zu finden. Ebenso haben grundlegende von Jan eingeführte Begriffe und Bezeichnungen Eingang in die Terminologie des Gerät-Turnens gefunden. Leben, Jugend und Studienzeit der Sohn eines Pfarrers wurde zuerst vom Vater unterrichtet. 1791 besuchte er das Gymnasium in Salzwedel, das 1931 nach ihm benannt wurde, ab 1794 Dekasekunden Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Das er zwei Jahre später ohne Abschluss verließ. Ohne das dafür erforderliche Abitur immatrikulierte er sich 1796 an der Universität Halle zum Theologiestudium und verbrachte sieben Jahre an verschiedenen Universitäten, darunter der Universität Greifswald und der Universität Göttingen, die er, wie schon die Gymnasien, wegen schlechter Führung und seines nie bestandenen Abiturs verlassen musste. Jan nahm eine Stelle als Hauslehrer an und befasste sich intensiv mit deutscher Sprache und Geschichte. Er trat in Halle für die Reinheit der deutschen Sprache ein und verfasste die Schrift Patriotismus in Preußen. Daraufhin musste er Halle verlassen und ging nach Breslau. Häufig verbarg sich Jan um 1800 in Halle in einer Höhle in einem Felsen an der Saale, heute als Jan Höhle bekannt. 1800 wurde ihm in Leipzig der Prozess gemacht und ein Verbot für alle deutschen Universitäten ausgesprochen. 1802 begegnete er Ernst Moritz-Ahnt an der Universität Greifswald, die vaterländische Idee des Vereinigten Deutschland entstand. Von Juli 1801 bis Januar 1802 hielt er sich an der Brandenburgischen Universität Frankfurt ohne Immatrikulation auf. Jan gehörte dem Studentenorden der Uni Thiesten an. Entwicklung seiner Weltanschauung bald darauf verließ Jan Greifswald wieder ohne Abschluss, ging zunächst nach Neubrandenburg, wo er 1803 bis 1804 als Hauslehrer die Kinder des Barons Lefort unterrichtete. Danach ging er in die Glashütte Sofienthal bei Waren und schließlich als Privatlehrer nach Jena. 1807 traf er Johann Christoph Friedrich Gutsmutz in Schnepfenthal, dem er Impulse für das Turnen in Deutschland verdankte. Während des Krieges fungierte Jan als Kurier im Regierungsauftrag. 1810 wurde er an der Plamandschen Erziehungsanstalt in Berlin tätig, scheiterte dann aber an einer Prüfung für die Oberlehrerstelle in Königsberg. Er wurde Hilfslehrer in Berlin und widmete sich der Turnerei. In seiner 1808 verfassten Schrift Deutsches Volkst am 1810 in Lübeck publiziert, skizzierte er erstmals seinen entschiedenen Nationalismus, zu dem er während der französischen Besatzung gekommen war und den er mit scharfen Angriffen verbannt. Seine Angriffe richtete er auch gegen die seiner Ansicht nach minderwertige Unterhaltungsliteratur der damaligen Zeit. Diese sogenannten Unterhaltungsbücher werden zusammengeschmiert von elenden Hungerleidern. Hier vertrat Jan die Ansicht, Deutschland solle eine größere Rolle in Europa einnehmen, dies sei auch möglich, wenn man sich auf die Einheit der Deutschen besinne. Ihm schwebte ein Großdeutschland vor, zu dem auch die Schweiz, Holland und Dänemark gehören würden. Hauptstadt solle die neue Stadt Teutonia werden, die in Thüringen gegründet werden solle. Wo sich die Fernstraßen aus den dann deutschen Grenzstädten Genf, Memel, Fiume, Kopenhagen, Dünkelchen und Sandomir treffen würden. Die Turnbewegung und die Nationalbewegung entstehen am 13. November 1810 gründete Jan mit elf Freundinnen in der Hasenheide bei Berlin den geheimen Deutschen Bund zur Befreiung und Einigung Deutschlands. Aus den ausgedehnten Wanderungen, die Jan mit seinen Schülern unternahm, entwickelte sich schließlich regelmäßiges Thunnen. Am 19. Juni 1811 begann er an dem Treffpunkt der Schüler- und Freundesgruppe mit dem öffentlichen Thun. So war die Hasenheide der erste deutsche Turnplatz, der mit Geräten nach dem Vorbild von Gutsmutz ausgestattet wurde. Ebenso entstammten die Leibesübungen, die Jan Thunnen nannte, dem Vorbild Gutsmutz. Allerdings meinte Jan mit Thunnen die Gesamtheit aller Leibesübungen. Geräteübungen wurden weiterentwickelt und durch Spiele, Schwimmen, Fechten und Wandern ergänzt. Zunächst war das Thunnen ein buntes Treiben auf den Turnplätzen mit dem Ausdruck einer romantischen Volksbewegung. Um die Feinde der Freiheit zu besiegen. Diese Feinde waren neben den Franzosen auch Fürsten aus Deutschland, die weiterhin die Einheit und Freiheit der deutschen Nation verhinderten. Jan war gegen die Kleinstaaterei und für ein einheitliches Deutschland. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die Jugend, er wollte diese für einen eventuellen Kampf vorbereiten. Er erfand das Thunnen als eine körperliche Betätigung für jedermann mit einem durchaus wehrpolitischen Nutzen. Jan entwickelte das Thunnen weiter zur patriotischen Erziehung zur Vorbereitung auf den Befreiungskrieg. Er sah das Thunnen in engem Zusammenhang mit politischen Zielen. Der Befreiung Deutschlands von napoleonischer Herrschaft. Der Idee eines künftigen Deutschen Reiches unter preußischer Führung und der Teilnahme der einzelnen Staatsbürger am Wohl und Weh des Ganzen. Hierzu sollten die Turner als Guerilla-Kämpfer tätig werden. Auch das Thunnen ordnete er politischen Gesichtspunkten unter. Jan wollte die Jugend für den Kampf gegen Frankreich trainieren. Mit anderen versuchte er dem preußischen Königshof die Notwendigkeit des Aufstands deutlich zu machen. Offenbar verabredete er mit Scharnhorst und Hadenberg die Gründung eines Freikorps, denn er kam schon zum Sammelplatz, bevor dem König von den Ministern die Bitte um die Errichtung des Le Zoschen Freikorps vorgelegt wurde. Mit einigen Thunnen aus Berlin kam er dazu auch nach Breslau. Viele weitere Freunde und Bekannte aus Studientagen konnte er darüber hinaus für das Skor gewinnen. Bei der Anreise regte er in Frankfurt die Gründung des ersten Turnplatzes auf den Laudonsbergen der Frankfurter Dammvorstadt an. Im Freikorps leistete er vor allem bei der Verwaltung, der Ermutigung und Anfeuerung der Freiwilligen sowie durch seine Ortskenntnis in Mittel- und Norddeutschland besondere Dienste. Er war auch zeitweise als Anführer eines Bataillons eingesetzt. Mit der Niederlage Napoleons 1813 wurde die Voraussetzung für die nationale Befreiung Deutschlands geschaffen. Mit dem Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig wurde Jans Wunsch in gewissem Sinn Wirklichkeit. 1813 in der Zeit der Völkerschlacht bei Leipzig forderte Jan Freie Rede, Verfassung, Einheit des Vaterlandes Im selben Jahr nahm Jan in Berlin den in der Zwischenzeit von Ernst Heiseln geleiteten Turnbetrieb wieder in seine Hand. Er half bei der Verbreitung des Turnens, wo es ihm möglich war. Er schickte vor Turner und besuchte auf seinen Turnfahrten selbst verschiedene Turnplätze. Am 12. Juni 1815 wurde in Jena die Urburschenschaft gegründet. 1816 erschien Jans Buch Die deutsche Turnkunst. In diesem Buch beschreibt Jan folgende Punkte, Ziele, Inhalte und Formen, Verhaltens- und Kleiderordnung, allgemeine Verhaltensregeln. Dieses Buch ist aus der Praxis heraus für die Praxis entstanden. Für die Turner und Anhänger Jans war es eine Art Bibel einer neuen volkstümlichen Erziehung über den Körper. Das Buch ist in mehrere Abschnitte unterteilt. In einem Vorbericht wird die Entstehung des Buches als Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit beschrieben. Die eigentlichen Turnübungen werden behandelt. Gehen, Laufen, Springen, Schwingen, Schweben, Reckübungen, Barrenübungen, Werfen, Ziehen, Schieben, Heben, Tragen, Strecken, Ringen. Turnspiele Musterbeschreibung eines Turnplatzes und der Turngeräte Turnordnung Turngesetze Das Verhalten und die Kleidung der Turner und Lehrer Den Höhe- und Wendepunkt der frühen Turnbewegung konnte man in den Jahren 1817-18 vermerken. Nach den Befreiungskriegen gewannen die konservativen politischen Kräfte in Preußen wieder an Einfluss. Somit war der Reformfrühling vorüber. Beginn der Restauration der Wiener Kongress enttäuschte Jahn, da sich dort eine Politik des europäischen Gleichgewichts durchgesetzt hatte. Der Deutsche Bund unterdrückte die liberalen Verfassungsbewegungen in den Einzelstaaten. Von den eigentlichen Zielen Jahns war nur die Befreiung von Frankreich erfüllt. Er begann 1817 mit einer Vortragsreihe zum deutschen Volkstum, indem er die Missstände im preußischen Heer anprangerte und die Beschränkung der bürgerlichen Rechte im Staat bedauerte. Damit schuf er sich nicht nur Freunde, sondern auch Feinde wie den Staatskanzler Hardenberg, der das Turnen unter staatliche Aufsicht an den Schulen übernehmen wollte. Außerdem gab er immer wieder in derben Worten seinem Patriotismus bzw. Nationalismus Ausdruck. Zuhörer waren von seiner Schroffheit nicht selten unangenehm berührt. Etwa wenn Jahn auch noch nach dem Sieg über Napoleon die französische Sprache und ihr Erlernen verteufelte. In engem Bezug zum Turnwesen stand auch die Bewegung der Burschenschaften. Sie und die Turner verfolgten im Grunde die gleichen politischen Ziele. Allerdings gab es auch kleine Gruppierungen, die sich von diesen Zielsetzungen abhoben. Es kam zur Spaltung des deutschen Liberalismus in eine demokratische und eine nationalliberale Richtung. Auf dem Höhepunkt der Turnbewegung in Deutschland fand am 18. 19. Oktober 1817 Dekasekunden-Wartburg-Fest statt. Dabei kam es auf Jahns Initiative zur ersten neuzeitlichen Bücherverbrennung im deutschsprachigen Raum. Jahn war zwar nicht bei dem Fest anwesend, hatte aber die Liste der Bücher zusammengestellt. Sein Schüler Hans Ferdinand Maßmann war maßgeblich an der Aktion beteiligt. Dieser symbolträchtige Akt der Bücherverbrennung zog den Akwon Metternichs auf sich. Nachdem Jahn zudem bei einer Abendgesellschaft mit nur gemischtem Erfolg ein Hoch auf die Studenten des Wartburg-Festes ausgebracht hatte, wurde er beim preußischen Ministerium zunehmend zur missliebigen Person. Seine Vorlesung über deutsches Volkstamm durfte er im Wintersemester nicht mehr offiziell an der Universität halten. Turnverbot und Inhaftierung Die Ermordung des Schriftstellers, Spottjournalisten und russischen Generalkonsuls August von Kotzebü Zuvor schon durch die Bücherverbrennung betroffen. Durch den Studenten und Turner Karl Ludwig Sand im März 1819 löste letztendlich das Turnverbot aus. Im Zuge der sogenannten Demagogenverfolgung wurde dem Turner und Burschenschafter Jahn die Wiederaufnahme des Turnens auf der Hasenheide untersagt. Da die Turnübungen im Rahmen des Unterrichts stattfanden und der Schulbehörde untergeordnet werden sollten. Im Sommer 1819 kam es zur Berliner und Breslauer Turnfede, worin Kritik gegen das Turnen oder gegen seine religiös-patriotische Richtung laut wurde. Die Auswirkung der Karlsbader Beschlüsse vom August-September 1819 trafen die Turnbewegung hart. Die Burschenschaften wurden verboten. Universitäten unter Staatsaufsicht und viele studentische Turner und Burschenschafter unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Mehrere Turner aus Jans Umfeld wurden festgenommen oder erhielten ein Berufsverbot, sodass sie ins Ausland auswanderten. Ein Turnverbot in ganz Preußen und anderen deutschen Staaten wurde erlassen. Somit war offiziell in Preußen 1820 DK-Sekundentunnen eingestellt, allerdings fanden weiterhin viele Orts trotz dieser Sperreleibesübungen statt. Jahn, der schon am 13. Juli 1819 verhaftet worden war, verbrachte die nächsten fünf Jahre in Haft in Spandau, Küstrin und Kohlberg. Der Dichter und Richter E. T. A. Hoffmann leitete die Ermittlungen im Fall Jans und seines Umfeldes. Jahn verharmloste seine Rolle im vergangenen Jahrzehnt, was durch seine ebenfalls verhörten Freunde gedeckt wurde. Hoffmann fällte 1820 ein mildes Urteil, trotz Beschuldigung des Regierungsrats Johann Ernst Theodor Janke, eines ehemaligen Mitglieds des geheimen Deutschen Bundes. Jan solle freigelassen werden, da keine hochverräterischen Tendenzen bei ihm sichtbar geworden seien. Jedoch wurde Jan auf höhere Anweisung noch fünf Jahre in Haft gehalten, da man in ihm nicht ganz zu Unrecht neben Fichte und Ahnt den geistigen Vater der studentischen Freiheits- und Einheitsbewegung sah. Am 15. März 1825 wurde er freigesprochen, unter der Bedingung, in keiner Universitäts- oder Gymnasialstadt zu wohnen. Rehabilitation 1825 bis 1852 lebte Jan unter Polizeiaufsicht in Freiburg an der Unstruth. Hier steht heute noch die älteste Turnhalle Deutschlands, deren Bau Jan nach der politischen Rehabilitation initiiert hatte. Im September 1828 wurde er wegen des Kontakts mit Schülern und Lehrern bis 1835 nach Kölleda ausgewiesen. Im Laufe der Jahre wurden die Bestimmungen gelockert und Ärzte und Pädagogen unterstützten das Wiederaufleben der Leibesübungen. 1837 wurden in den Gymnasien Leibesübungen gestattet. 1840 erfolgte Jans Amnestierung und vollkommene Rehabilitierung durch Friedrich Wilhelm IV. Jan erhielt das ihm aberkannte und vorenthaltene Eiserne Kreuz aus den Befreiungskriegen. 1842 hob Friedrich Wilhelm IV. den Erlass seines Vaters auf und beendete damit offiziell die Turnensperre. Turnen wurde in Preußen zugelassen und sogar Schulfach. 1848 wurde Jan in die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche gewählt. Er wandte sich vom patriotischen Turnen ab, engagierte sich für Ruhe und Ordnung und vertrat die Idee eines preußischen Erbgeisertums. Damit büßte er seine Volkstümlichkeit zwar weitgehend ein, gelangte aber in der Folgezeit zu voller Anerkennung als Bahnbrecher der Leibeserziehung. Im Alter von 74 Jahren starb Jan am 15. Oktober 1852 in Freiburg. Dort wurde er an der Stirnseite der ersten deutschen Turnhalle beigesetzt. Aus Anlass der Olympischen Spiele in Berlin 1936 wurden seine Gebeine umgebettet. Sie fanden ihre letzte Ruhestätte im Ehrenhof seines Wohnhauses, das er 1838 39. erbaut hatte. Dieses Gebäude beherbergt heute das Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Der Turner-Wahlspruch geht auf einen Reimspruch des 16. Jahrhunderts zurück. Den Jahren 1816 im Törn-Lehrbuch die deutsche Turnkunst zur sittlich-moralischen Maxime der Turner erhob. Ende 1843 erklärte Jan der Frankfurter Turngemeinde die Bedeutung des Wahlspruches, den er am Giebel seines Wohnhauses in Freiburg, dem heutigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum anbringen ließ. Frisch nach dem rechten und erreichbaren Streben, das Gute tun, das Bessere bedenken und das Beste wählen. Frei sich halten von der Leidenschaft, Drang von des Vorurteils Druck und des Daseins Ängsten. Fröhlich die Gaben des Lebens genießen, nicht in träumerisch Vergehen über das Unvermeidliche, nicht in Schmerz erstarren. Wenn die Schuldigkeit gethen ist und den höchsten Mut fassen, sich über das Misslingen der besten Sache zu erheben. Fromm, die Pflichten erfüllen, leutselig und folglich und zuletzt die letzte, den Heimgang. Dafür werden sie gesegnet sein, mit Gesundheit des Leibes und der Seele, mit Zufriedenheit so alle Reichtümer aufwiegt. Mit erquickenden Schlummernach des Tages Last und bei des Lebens müde durch sanftes Entschlafen. Anführungszeichen Punkt Aus den Anfangsbuchstaben des Thuner-Wahlspruches, den 4 F, formte der Darmstädter Kupferstecher Heinrich Felsing 1843, 46. einer DK Sekunde Thunerkreuz. Der 1893 gegründete Sozialistische Arbeiter-Turnerbund wandelte das Jan Schemotto in einen neuen Wahlspruch um. Kunstgeschichte Der Maler Kaspar David Friedrich stellt in seinem 1819 entstandenen Gemälde zwei Männer in Betrachtung des Mondes Jan zusammen mit dem Neubrandenburger Pastor Franz Christian Boll dar. Es handelt sich hier um eines der Gedächtnisbilder für den verstorbenen Boll, dem man die etwas untersetzte Figur mit Umhang zuordnen kann. Die andere, sportlich wirkende Figur ist aus den historischen Umständen heraus als Friedrich Ludwig Jan im jungen Jahren zu identifizieren. Während seiner Hauslehrerzeit in Neubrandenburg, Friedrich Ludwig Jan Gesellschaft TV, der Förderverein zur Traditionspflege und Erhaltung der Friedrich Ludwig Jan Gedenkstätten hat sich 2008 durch Satzungsänderung umbenannt und setzt nun seine Aktivitäten als Friedrich Ludwig Jan Gesellschaft mit Sitz in Freiburg fort. Die Aufgaben des Vereins sind jetzt weiter gefasst und formulieren einen höheren Anspruch. Die Gesellschaft widmet ihre Tätigkeit dem Ziel, das Leben und Wirken des Gründers der Törnbewegung in Deutschland und seines Umfeldes zu erforschen, seine Bedeutung in Geschichte und Gegenwart zu interpretieren, sein Erbe zu bewahren und zu verbreiten. Dazu unterhält die Gesellschaft Beziehungen zum Deutschen Tunabund und den Landesdornverbänden zu Hochschulen, Schulen, Museen und Organisationen, die sich dem Anliegen verpflichtet fühlen. Jan soll als einer der großen Deutschen in das Blickfeld einer größeren Öffentlichkeit gerückt werden. Dem scharfen Friedrich Ludwig Jans widmet sich auch die Friedrich Ludwig Jan Bibliothek in Freiburg. Eine Einrichtung der Friedrich Ludwig Jan Gesellschaft Ehrungen Denkmäler Jan hatte im Laufe seines Lebens in vielen deutschen Städten gelebt und gewirkt. In sehr vielen davon sind nach seinem Tode Denkmäler aufgestellt worden. Auch an der Gründungsstätte der Törnbewegung in der Berliner Hasenheide wurde am 10. August 1872 die Bildsäule F. L. Jans enthüllt. Jan als Namensparte nach Jan wurden Sportvereine benannt. SSV Jan Regensburg SPVGG Jan Forchheim TS Jan München TV Jan Reine 1885 Sportstätten Friedrich Ludwig Jans Sportpark in Berlin Prenzlauer Berg Friedrich Ludwig Jans Stadion Jan Stadion Jan Stadion Ludwig Jans Stadion Jan Stadion Jan Sportforum in Neubrandenburg Schulen Friedrich Ludwig Jans Gymnasium Greifswald Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jans Das Jan Bergthornfest auf dem Bückeberg im Landkreis Schaumburg und die Janshöhle in Halle sind ebenfalls nach Jan benannt. In zahlreichen deutschen Städten wurden Straßen nach Jan benannt, beispielsweise in Halle und in Langenhagen an den früheren Sportanlagen. In Bielefeld erhielt der zentral gelegene Janplatz seinen Namen. Seinen Namen trug auch ein Motorschulschiff der GST Marieneschule August Lütgens in Greifswaldweg, die F. L. Jan. Das ehemalige Fischereifahrzeug war als Ausbildungsschiff der Gesellschaft für Sport und Technik von 1958 bis 1972 im Hafen Greifswaldweg stationiert und wurde anschließend in den Stadthafen Rostock verlegt. Hall of Fame Am 31. Mai 2013 wurde Jan in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Am 31. Mai 2013 wurde Jan